Erst hautnah in Aachen, dann konzentriert in Venlo. Die deutsche Nationalmannschaft ist dort zurück, wo man sich auf die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele vorbereitet. Nach dem Bad in der Fanmenge heißt es jetzt, Fokus auf das Auswärtsspiel am Samstag. Bei Weißrussland haben wir uns noch nicht so viel unterhalten, weil wir im Moment sehr fokussiert auf uns sind. Wir haben die letzten Spiele von unserer Mannschaft analysiert, Sachen, die wir besser machen müssen, die wir verbessern können, die wir auch schon gut gemacht haben. Ich glaube, wo ich nicht dabei war, gerade gegen Holland, war ein riesiger Schritt nach vorne und da wollen wir jetzt anknüpfen und klar das Ziel aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte zu holen. Und das auch in ungewohnter Besetzung auf der Trainerbank. Markus Sorg leitet die Einheiten, während der Bundestrainer verletzt verhindert ist. Also für uns macht es keinen großen Unterschied. Ich glaube, dass der Markus auch das nötige Fußballfachwissen mitbringt und deswegen haben wir genauso Vertrauen in ihn, wie wir einen Jogi haben. Klar hätten wir Jogi gerne hier, aber ist jetzt nun mal gesundheitlich nicht möglich und deswegen werden wir bestmöglich mit Markus zusammenarbeiten. Und ich glaube, er weiß seine Rolle gut einzuschätzen und wie er zur Mannschaft spricht und alles das passt und damit haben wir kein Problem. Julian Draxler freut sich über seine ganz persönliche Rückkehr ins DFB-Team und auf sein möglicherweise 50. Länderspiel mit einer Nationalmannschaft, die sich verändert hat. Ja, ich glaube, nach der schlechten WM musste sich auch was tun, musste sich was ändern und deswegen sind wir jetzt alle hoch motiviert, natürlich in den nächsten großen Aufgaben wieder besser abzuschneiden als bei der WM. Und ja, viel frisches, junges Blut dabei, würde ich sagen. Und ja, das wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis wir da auf dem gleichen Niveau sind wie 2014 oder 2016. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und wenn wir hart an uns arbeiten, dann glaube ich, dass wir großes Potenzial haben, auch wieder zur alter Stärke zu finden. Würde bedeuten, wie angesprochen, sechs Punkte aus zwei EM-Qualifikationsspielen. Am Freitag reist das DFB-Team nach Minsk für das Spiel gegen Weißrussland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017